Ja, hallo, moin moin und willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Ja, ich mache wieder eine Flugzeugschlacht, hätte ich beinahe gesagt. So, und ich bin dafür, ich flieg mal X-Wing. Ich flieg jetzt mal X-Wing. X-Wing. Flügel in X-Wing, Angriffsformation, X-Formation, X-Formation, X-Wing. X-Formation, X-Wing, X-Wing, X-Wing. Oh, das waren Bomben. Oh, hier radeln das hier aber auch schon los. Okay, ich habe das schon wieder vergessen, seit gestern alles. Warte mal, okay, so, da geht es noch vor. Oh, oh, oh. Und dann. Na, komm schon. Das ist mir, komm zu Papi. Ups, ich muss das nicht machen. Machen immer dieses Mühe sein, der Blaster hier. Oh. Jetzt habe ich dich, ey. Wohin, noch mal Zeit. Äh, wie habe ich denn noch mal so beschleunigt? Ach so, macht er gar nicht mehr, okay? Aber hier so ein klein Defektor-Schild drin drunter, oder was? Okay, schon wieder was gelernt. Oh, Alter, den habe ich aber. Was ist da abgeschmiert, oder? Oh. Wie witzig. Ich habe Astor. Alter. Booba Fett. Slave 1 abknallen. Na super. Es wäre geil, wenn die Bocken so nennen. Troupedos, das dann, ne? Ja, komm, die Bomben haben doch gesessen, gerade, oder was? Ich will aber Booba Fett abknallen. Booba Fett abknallen. Ich habe Bob Mone geschickt. Na, siehste, das haben wir auch wunderbar hingekriegt. Oh, oh, oh. ich gehe hier keinen vorliegen ich fühle mich bei mir gesagt außerhalb dieses scheiß gleich wollen die hier rumflattern die kriege aber auch irgendwie nicht abgeknallt au 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 also ehrlich irgendwann muss ich doch mal wieder wohl auf sein jenner also x-wing was die slave one schade das war gerade aus dem spiel das war nicht mein handy das war auch nicht mein handy das war aus dem spiel gerade bin ich so unprofessionell und stellt mein handy nicht lass mein handy auf laut wenn ich hier am let's play bin sowas unprofessionelles könnt ihr von mir nicht erwarten ja komm her du wirst papa komm her nein es gibt keinen kommen weißt du das gerade ach ich sollte bestimmt irgendwas angreifen aber ich bin so mit ballern beschäftigt ach 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 da kann ja noch mehr leute hier rum ne zappel nicht so rum oh alter jetzt bin ich das opfer hier ja entschuldigung bitte naja man musste mich wahrscheinlich nur anpusten gerade eben eine relation umgekippt hier oder umgefallen oder gefällt man bevor wir die basis angreifen und das kann ich damit ach guck mal hier okay das geht noch einmal im leben machen auch auf 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 kannst du abgetrockten jäger das ist meine ich bin so böse ich bin ja lieb ich stelle mir vor ich bin jetzt mit skywalker da kommt ein bisschen mehr okay jetzt muss das schiff wieder natürlich aber das ist ja es ist ja richtig und antriebe reinwechsen das passiert überhaupt nichts kommt super daneben kommt schon ja wie soll ich das auch alleine machen gleich mal r2 kannst du mal sehen ob du was machen kannst ich will meinen lieben freunde nicht mit mir so wenn er noch verfolgt ich habe gesehen wie gut das ging so wusste ein feindliches das ist unser ich habe das gefühl sowieso dass die transport schiffe einfach schneller also unsere rebellen transporter einfach viel schneller explodieren also viel schneller die luft gehen also als ich da zum perium gespielt habe das war so easy peasy mal so ein transporter weg zu ballern alles im spiel liebe leute alles im spiel immer noch nicht mein handy das macht mega spaß und das verhältnis allein schon 70 26 ich finde diese luft schlachten echt mehr ich auch gibt mir auch deckung ok ich habe ich 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 Buiiii! ein geiler wie sie sich flattern wär mal cool wenn das ein oder andere mal der piloten daraus liegen würde tatsächlich das wäre schon mega cool ja entschuldigung ich bin das schon da ganz sache da kommen schon eine geschichte treffen Scheiße. Scheiße. Kommst, wie sie an. Jetzt hab ich dich. Oh. Ei, 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 ei. Feindliche Einheiten nähern sich. Ich bin unterwegs. Wir sind doch eng und schlacken stattfinden, ne? Das würde ich ja mal machen, Bodensziele irgendwie mal wahrnehmen. Und wo sind unsere Y-Wings eigentlich? Aber die sind wahrscheinlich auch extra für Bodensziele gedacht wahrscheinlich, ne? Kann ich auch nicht. Schade. Mega schade. Oh, nice, 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 nice. Das war echt super cool. Sieg! Gewonnen! Hör auf zu schießen! Yay! Ach, das hat Spaß gemacht. Ja, den Namen muss ich nochmal irgendwie ändern. Online-ID. Ist halt so. So. Ja, meine lieben Leute. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Und möge die Macht mit euch sein.